Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Mein Name ist Birgit und ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Heute habe ich kein Bastelvideo für euch, sondern folgendes, die Celebration geht in die zweite Runde. Juhu! Das bedeutet für euch, ab morgen, den 16. Februar 2018, gibt es noch einmal zusätzliche neue Celebration-Prämien. Das ist doch klasse, oder? Wir haben jetzt Halbzeit von der Celebration, also der 16. Februar ist dann quasi die halbe Zeit der Celebration-Laufzeit vorbei. Die Celebration geht ja noch bis zum 31. März. Ja, und weil eben die Hälfte der Zeit rum ist, hat sich Stampin' Up da nochmal ein Highlight ausgedacht und hat nochmal drei neue Prämien mit hinzugebracht. Das bedeutet also, ab morgen, den 16. Februar, habt ihr nicht nur diese bekannten Prämien, die ihr schon kennt, die ich euch schon vorgestellt habe, sondern es kommen nochmal drei zusätzlich obendrauf mit dazu. Und diese drei neuen Prämien möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar gibt es als Prämie Nummer 1 dieses schöne Stempelset. Das zeige ich euch gleich. Damit könnt ihr zum Beispiel diese wunderschöne Karte basteln. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und zwar sieht das Stempelset so aus. Ich habe es auch live dabei. Hier ist es. Das ist also ein Stempelset. Wieder ein Gummistempelset. Die mag ich ja am allerliebsten. Ich finde die ganz toll. Und dieses Stempelset gibt es wieder in Deutsch, Englisch und Französisch, glaube ich sogar. Genau. Erhältlich in Englisch und Französisch und Deutsch. Also wer möchte, kann sich das auch in Englisch bestellen. Da sind die Sprüche natürlich auch schön. Das Tolle an diesem Stempelset ist, ihr habt hier wunderschöne Hintergrundgestaltungselemente drinnen. Zum Beispiel diese Pünktchen oder diese, ja das ist alles mögliche. Kreuzchen, Kringelchen, Pünktchen. Hier sind drei so Aquarell Hintergrundstempel. Wobei dieser Kreisstempel ganz toll ist in Kombination mit dem. Das seht ihr also hier. Bei diesem Beispiel kann man eben wunderschöne Hintergründe damit machen. Ich finde das ganz faszinierend. Oder eben auch hier, wie ihr seht, mit diesem Stempel hier, ja, könntet ihr jetzt hier zum Beispiel diese schöne Karte machen. Oder eben mit diesem ganzen Aquarell Hintergründen hier diese Karte. Allein mit dem Spruch. Also es ist einfach ein wunderschönes Set. Ganz, ganz toll. Das heißt, das ist eine Prämie der Stufe 1. Bei einem Einkauf von 60 Euro könnt ihr euch dieses Gratis heraussuchen. Das ist also die Prämie Nummer 1. Die Prämie Nummer 2 ist ein Produktpaket. Und zwar ist das ein Stempelset und ein Prägefolder. Das gibt es für die Prämiestufe Nummer 2. Das heißt, ab einem Einkauf von 120 Euro könnt ihr dieses schöne Produktpaket gratis dazu geschenkt bekommen. Und zwar ist es, wie gesagt, ein wunderschönes Stempelset. Das nennt sich Blumenkorb. Auch mit wunderschönen Sprüchen. Wie ich finde, immer für dich da. Mehr als Worte. Und mit diesem wunderschönen Blumenkorb. Ich finde es ganz, ganz schick. Schmetterling dabei. Und schaut euch mal diesen süßen kleinen Anhänger an. Der ist natürlich auch voll schön. Kann man auch ganz einfach ausschneiden. Sorry ihr Lieben, jetzt hat es bei mir kurz an der Tür geklingelt. So ist das Leben. Der Postbote wollte was ganz Wichtiges loswerden, was mich natürlich gefreut hat. Ein schönes Paket. Also weiter geht's. Genau. Das kann man alles wunderbar schön ausschneiden und super anhängen. Also es ist eine tolle Geschichte. Der wunderschöne Stempelset. Wieder in Gummi. Ich bin jetzt auch so gepustet. Ja, schön. Also mir gefällt das ganz toll. Und man kann das hier wieder schön ausmalen mit unseren Stampin' Blends. Und dieses Prägefolder. Ich schaue mal, ob ihr das sehen könnt. Das ist wie so ein Korbmuster. Ich finde das ganz, ganz schick. Da kann man also Kartenhintergründe machen mit diesem Korbmuster. Ich zeige euch das mal hier. Da seht ihr das schön. Also ganz toll. Und dieses Produkt wird auch in den Jahreshauptkordalog dann übernommen, der ab Juni 2018 dann wieder kommt. Also ein wunderschönes Set. Wie gesagt, das ist ein Produkt. Paketblumenkorb nennt sich das. Ab einem Einkauf von 120 Euro könnt ihr euch das dazu schenken lassen. Gratis. Also wie gesagt, diese Produkte könnt ihr nicht käuflich erwerben, sondern die bekommt ihr gratis dazu geschenkt. Ja, und als dritte Prämie gibt es ein wunderschönes Designerpapier. Und das ist der Kracher. Das sage ich euch. Das ist wieder eine Prämie der Stufe 1. Das heißt, bei einem Einkauf von 60 Euro könnt ihr euch also dieses schöne Designerpapier aussuchen. Das ist wirklich der Kracher. Und zwar ist es ein wunderschönes Designerpapier mit dem Namen Besonderes Designerpapier Frühlingsglanz. Ihr habt hier zwölf verschiedene Bögen drinnen, bei dem nur die Vorderseite bedruckt ist. Die Rückseite ist weiß. Dieses Designerpapier ist extra stark. Damit kann man also auch wunderschöne Verpackungen oder Umschläge machen. Und ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ob die Kamera das einfangen kann. Das ist ein ganz besonderer Ton. Das ist kein Gold. Ich würde eher sagen, das ist so eine Art Champagner. Das ist so zwischen Gold, Kupfer und Silber gemischt. Also ein... oder Roségold. Roségold könnte es auch sein. Also ein wunderschöner Farbton. Ein ganz tolles Designerpapier. Und zwar bekommt ihr da von jedem Design drei Bögen. Also einmal hier mit diesen Pünktchen. Wunderschön gemacht. Das zweite, das ist in Gold und Silber gemacht. Auch wunderschön mit diesen Zweigen. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es schön sehen. Also wunderschön mit Blättern und Ranken. Dann das nächste sind die Streifen. Die sind in Silber. So ein ähnliches haben wir schon mal in dem Geschenkpapier, Designerpapier Blütenzware. Da gibt es das in Olivgrün. Da sind aber die Streifen, meine ich, ein bisschen schmäler. Aber wunderschön. Also das passt wunderbar auch dazu. Kann man gut kombinieren, wenn man möchte. Und das passt eigentlich zu jedem anders. Also wie gesagt, das ist in Silber. Und das letzte Design sind auch wieder drei Bögen. Das sind diese wunderschönen Blüten. Und die sind jetzt auch wieder in diesem Roségold. Und mit in der Mitte so goldene Blütenstempel noch drin. Und diese Blüten kann man wunderschön ausschneiden. Und dann hier, wie ihr sehen könnt, auf dem Beispiel wunderschön einzeln noch kolorieren. Mit unseren Stampin' Blends oder mit den Aquapaintern oder den Aquarellstiften. Das müsst ihr mal ausprobieren. Und dann sieht das ganz, ganz toll aus, wie ich finde. Also kann man wirklich schöne, schöne Sachen machen. Ja. Und wie gesagt, bei einem Einkauf von 60 Euro könnt ihr euch das gratis dazu schenken lassen. Und die anderen gibt es auch noch. Also die ganzen bekannten Celebration Produkte, die gibt es also auch noch. Ja. Wenn sich das mal nicht lohnt. Also ich finde es eine tolle Geschichte, dass Stampin' Up sich da nochmal was hat einfallen lassen. Und es da jetzt nochmal neue Prämien gibt. Also ran an den Bestellfinger, an den Bestellknopf. Und nochmal gucken, ob wenn ich doch noch irgendetwas brauchen könntet. Weil das sind einfach ganz tolle Geschenke nochmal obendrauf. Ja. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Ihr könnt entweder über meinen Online-Shop bestellen oder direkt über mich. Alle Kontaktdaten dazu findet ihr hier unten in der Infobox oder auf meiner Homepage www.kreativstempel.com. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. Auch wenn es keine Bestellung ist, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Ihr wisst ja, ich freue mich immer über jede Nachricht. Ja. Gut. Das war es von den Celebration Produkten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Wie gesagt, ab dem 16. Februar ist es erhältlich. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald, eure Birgit. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020